Neue Woche, neues Glück und da melde ich mich zurück mit einer Auswahl an Blu-Ray-Neuheiten und diese Woche wird richtig teuer, wenn man sich denn für Popcorn, Kino und auch hübsche Verpackungen interessiert. Wir beginnen mit Spider-Man No Way Home. Dieser Film erscheint in zwei verschiedenen Steelbook-Varianten. Wir haben hier die Standard-Variante, die wie folgt aussieht. Sieht eigentlich nicht verkehrt aus. Ich habe mir die 4K-Variante vorbestellt, bin schon ganz gespannt auf den Film, der ja fast nur Lobeshymnen bekommen hat und ob er diesen hohen Ansprüchen und Erwartungen gerecht wird. In einigen Märkten lag der Film ja schon bereits am Wochenende aus, habe ich gesehen. Diverse Aufsteller und alles, also ein paar sind da schon ein bisschen früher in den Genuss gekommen. Wir werden dann ab dem 12. April sozusagen bedient. Das wäre dann morgen. Ich bin mal gespannt, ob Amazon pünktlich liefert. Und dann landet der Film auch spätestens zu Ostern in den Player. Tod auf dem Nil haben wir dann hier im Steelbook angekündigt. Den Film habe ich mir schon angesehen. Den gibt es ja für alle Abonnenten des Streaming-Dienstes Disney Plus kostenlos im Abo. Hier wird noch ein Steelbook nachgereicht. Finde ich cool von Disney, dass hier immer wieder eben wie bei Nightmarelle und auch vergangene exklusive Filme für Sammler ein Steelbook nachgereicht wird. Der Film war jetzt ganz okay. Es geht wieder um ein rätselhaftes Mörder. Wer hat es getan? Raten hier diesmal aber mit Galga Dot. Optisch sehr gut, aber inhaltlich dann doch ein bisschen flach. Und die ein oder andere Logiklöche ist da leider auch vorhanden. Also nur bedingt zu empfehlen. Vor allem dann auch für 24 Euro im Steelbook. The Sadness erscheint dann endlich diese Woche im Steelbook und auch im Mediabook. Beides habe ich euch schon präsentiert und auch eine Review dazu gemacht und auch jede Menge Informationen dazu beigesteuert. Ihr seht es hier. Ich verlinke euch diese drei Videos nochmal. Dann könnt ihr euch da nochmal näher damit beschäftigen. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Aber auch nicht zu hohe Erwartungen haben. Aber da geht es schon gut zur Sache. Auf jeden Fall. Dann haben wir Jacuzza Princess. Da habe ich euch bereits am Wochenende schon ein Unboxing präsentiert. Eine Review folgt dann noch zum Release in dieser Woche. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Da geht es ja um eine Frau, die plötzlich Besuch von einem Typen bekommt. Der sagt, dass sie zusammenhängen. Und sie erfährt dann, dass ihre Familie erwartet wird. Sie eine Überlebende der Jacuzza ist. Und dann nimmt sie dann Rache mithilfe eines Schwertes. Also ich bin gespannt. FSK 18 verspricht ja auch keinen Kindergeburtstag. Mal gucken, ob dir den Erwartungen ebenfalls gerecht wird. Dann haben wir noch Time Bandits. Der Klassiker, der erscheint hier in einem schicken Mediabook zum glaube ich schon 40-jährigen Jubiläum. Wenn ich mich nicht täusche. Hier haben wir dann noch einen Einblick in dieses Mediabook. Da geht es ja um so einen Jungen, wo plötzlich ein paar, was waren das, Zwerge oder so, auftauchen in seinem Zimmer. Die Zeitreisen können, aber eben immer auf Räuberzug sind. Er schließt sich diesen Zwergen an und dann erlebt er jede Menge Abenteuer. Ich habe den Film noch nicht gesehen, mir nur vorhin kurz die Inhaltsangabe durchgelesen. Man kann nicht jeden Klassiker und Sonstiges kennen. Aber das ist ja das Schöne, dass man immer wieder noch was Neues entdecken kann. Wäre ja langweilig, wenn man schon alles kennt. Genauso verhält es sich mit die Verfluchten der Untergang des Hauses. Ascher, yeah, 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 muss ich immer an Ascher denken. Und Ascher Mittwoch ist ja schon längst vorbei. Aber jetzt kommt dann die Verfluchten, veröffentlicht von Wicked Vision Media, natürlich auch im Shop erhältlich. Die ersten 100 Vorbesteller bekommen dann eine personalisierte und nummerierte Autogrammkarte von Timo Wirtz. Das Cover sieht natürlich wieder mega geil aus. Mittlerweile ist es schon Cover-Variante F, haben wir hier vorhin gelesen. Limitiert auf 333 Exemplare und furchtbar toll und aufwendig restauriert, wie wir gelesen haben. So wie wir den Film noch nicht gesehen haben. Bisher kannte man nur die herkömmliche Kinoversion des Films. Jetzt bieten wir euch den Film inklusive der verschollenen, geglaubten Overtüre zu Beginn des Films an. Und diese verlängert den Grusel-Klassiker von Roger Corman um knapp drei Minuten. Dann haben wir auch noch restaurierten Ton und auch unglaublich viel an Bonus-Material. Also selbstverständlich findet ihr auch hier wieder den Link unten in der Videobeschreibung und könnt euch damit noch näher befassen, wenn es euch denn interessiert. Dann haben wir The Hunt herausgebracht von Universal Pictures in vier, glaube ich, verschiedenen Cover-Varianten. Auch Amazon exklusiv und hast du nicht alles gesehen. Hier haben wir eine Variante hier von Ralf Krause. Wie man sehen kann, sieht richtig geil aus. Der Film ist auch richtig toll. Da machen Amerikaner Jagd auf andere Amerikaner, wie wir das schon aus dem einen oder anderen Film kennen. Aber richtig schön brutal und auch richtig mit schwarzem Humor. Mir hat der Film sehr gut gefallen. Und auch hier wird es dann in dieser Woche noch ein Unboxing zu diesem Mediabook geben. Eine Review davon habe ich euch ja schon präsentiert. Findet ihr ebenfalls unten in der Infobox verlinkt. Außerdem erscheint noch Fear and Loafing in Las Vegas. Willkommen im Fledermausland. Ein tierisch geiler Film. Geile Komödie mit Johnny Depp. Und diese erscheint ebenfalls von Universal Pictures in drei verschiedenen Cover-Varianten. Und wenn alles glatt läuft, dann kann ich euch hier ebenfalls ein Mediabook präsentieren. Ein Mediabook zu Violation wird es auch geben. Angeblich ein richtig krasser Rapen-Revenge-Film. Diesen Film hat euch bereits der Efra ihm schon vorgestellt. Im Mediabook auch dazu seine Meinung kurz getan. Unten in den Kommentaren habt ihr dann noch die Meinung anderer User, die den Film schon gesehen haben. Da geht es ein bisschen auseinander. Die einen sagen ultra krass. Die anderen sagen, oh, Gehen habe ich schon tausendmal gesehen. Wie immer heißt es, man soll sich selber ein Bild davon machen. Allerdings ist halt 34,99 schon arg viel für einen Blindkauf. Streamen kann man den Film leider nicht. Ich habe es versucht. Aber der ist nirgendwo gelistet gewesen. Falls ihr da einen Tipp habt, wo man mal zumindest reinschnuppern kann, um zu gucken, ob das was für einen ist. Weil der Trailer jetzt auch relativ nichtssagend ist. Dann könnt ihr das natürlich gerne unten in den Kommentaren ergänzen. Gunpowder-Makeshake. Da haben wir auch schon viel darüber diskutiert. Da geht es um so eine junge Killerin, die von ihrer Mutter verlassen wurde in jungen Jahren, weil die untertauchen musste und von Gangstern gejagt wurde. Jetzt treffen sie sich und nehmen alles auseinander zusammen. Sehr stylischer Film, auch mit jeder Menge Augenzwinkern und Humoren. Geht aber auch gut zur Sache, wie es die FSK 18 vermuten lässt. Ich bin mega gespannt, ob ich mir das Mediabook jetzt hier holen werde oder nicht. Weiß ich nicht. Ich befürchte, dass es wieder so ein kleines, dünnes irgendwas ist. Und das ist mir dann für 32 Euro definitiv zu viel. Aber lassen wir uns mal überraschen. Vielleicht gucke ich mir da erstmal ein Unboxing dazu an. Was ich ja auch mal gerne von meinen Kollegen. Und dann entscheide ich für mich, ob ich mir das hole oder nicht. Läuft ja nicht weg. Dann haben wir noch das siebte Zeichen-Klassiker mit Demi Moore, Michael Biehn und Jürgen Brochnow. Das war mal ein Charaktergesicht, oder? Also das erscheint hier auch in einer Amazon-exklusiven Mediabook-Variante. Mediabook-Cover B in Zusammenarbeit mal wieder mit Kochfilms. Zum 14. April für 29,99 Euro. Dann haben wir noch Love and Monsters. Den Film gab es ja auf Netflix zu sehen. Und der erscheint jetzt hier auf Blu-ray. War ganz okay. Die Welt ist halt hier wieder in so einer Apokalypse. Oben sind lauter Monster. Und unten in der Unterwelt reiben sich die Menschen rum. Und der Junge versucht dann hier seine Freundin zu finden. Ist allerdings ein richtiges Angsthäschen, was auch sehr gut zu Ostern passt. Aber geht trotzdem los, um sie zu suchen. Und er erlebt dann natürlich jede Menge Abenteuer. Ist auch so eine Komödie eher. Ja, aber eigentlich schon ganz ordentlich gewesen. So No-Brainer kann man mal sagen. Rise of the Foot Soldier Origins erscheint dann hier. Hier ist, glaube ich, mittlerweile der fünfte Teil der Reihe, wenn ich mich nicht täusche. Hier müsste ich auch mal ein Rezensionsmuster noch bekommen. Dann kann ich mir den Film ansehen. Und dann kann ich euch dann sagen, ob der was taugt oder nicht. Hier geht es eben um, glaube ich, Mitte der 80er Jahre und den Aufstieg hier im Drogenmilieu. Und wie gesagt, ich werde davon noch berichten, wenn alles klappt. Ansonsten zum 14. April auf Blu-ray erhältlich. Dann haben wir noch Vikings, die Serie, die komplette Serie ab dem 14. April für 105,99 Euro gelistet. Ich bin mir sicher, wenn man da warten kann, dann kann man das Ganze etwas günstiger abstauben. Und zu guter Letzt haben wir noch Dracula, das Musical. Alter, was es nicht alles gibt, oder? Habe ich auch noch nicht gesehen oder gehört. Aber da schau her, da kommt das auf Blu-ray raus zum 15. April für 23,99 Euro. Und das soll es dann gewesen sein mit der Auswahl an Blu-ray-Neuheiten. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Auf bald, meine Freunde. Und Servus. Servus.